Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sekiro Shadow Die Twice. So, das letzte Mal, oder ich hatte ja probiert, diesen kopflosen Client zu kriegen, das habe ich ja nicht geschafft, deswegen gucken wir uns einfach mal weiter in diese Richtung hier um. Was? Das ist ein Erdbeben? Okay, irgendwie zittelt das jetzt hier eben gerade. Keine Ahnung, was das eben gerade war, ein Erdbeam oder so, keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt hier, meine ich gar nichts, ne? Ne, nichts. Gut. Fluggreifhaken, ja, wofür? Okay, gut. Ähm. Okay, ist hier zufällig irgendetwas? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bitte? Ne. Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was war das denn jetzt eben gerade? Okay, ja gut, dann muss ich ja wohl ein bisschen schneller sein. Das war ja aber mal, also jetzt mal ganz schnell da irgendwie da drüber auf die andere Seite. Da habe ich ja so Gras gesehen, vielleicht kann ich mich da ja irgendwie verstecken oder so. Nein, oh, ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Aber wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich die falsche Taste gedrückt. So, mal sehen. Genau hier unten wollte ich jetzt hin. Ach du Scheiße. Ja toll, jetzt bin ich hier, aber wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Ach ja, da drüben muss ich hin. Fragst du dich jetzt nur? Oh, bleib wo du bist. Komm, komm. Ich bin ganz ungenießbar. Ich bin ganz mager, ganz zähes Fleisch. Ach du grüne Neune, ey, was meint jetzt? Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh. Oh, ja, 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 das geht ja nochmal gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es denn jetzt hier weiter geht. Ach du Scheiße, da ist sie ja wieder. Ähm. Ach du Scheiße, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach du Scheiße. Nein, 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 noch nein. Scheiße. Wo muss ich denn jetzt slop hin? Und jetzt bin ich tot. Ach du Scheiße, ey. Ach du grüne Neune. Ach. Mein Gefahr, du Jede. Nein, 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 nein. Komm, bleib bloß. Bleib, bleib wo du bist. Bleib wo du bist. Alter, was für ein riesen Vieh. Und jetzt ist so die große Frage. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich hab mich über... Keine Ahnung. Ähm. Okay, ich denke mir einfach mal, hier kann sie mich nicht sehen. Okay, jetzt muss ich irgendwie da drüben hinkommen. Auf die andere Seite. Blöde ist jetzt nur das. Ich kann jetzt so leider nicht. Toll, warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Ja, ich bin hier runtergefallen. Worum eigentlich? So, jetzt hab ich nur leider keine Ahnung. Wie komm ich jetzt mal... Wie komm ich jetzt da drüben hin? Wie komm ich jetzt da drüben hin? Wie komm ich jetzt da drüben hin? Ich kann mich jetzt hier mal längst bewegen, aber... Ach du Scheiße! Nooo! Okay, jetzt bin ich hier, aber... Das bringt mir jetzt hier aber auch nichts. Ja, ich muss irgendwie jetzt hier in dem Felsvorsprung entlang. Oh Mann! Boah, wenn man sich das Maul in die Zähne da mal anguckt... Ah, jetzt natürlich die große Frage, wie mache ich das mal am besten? Und vor allem, weil das hat... Perfekte Zeitpunkt... Ja, ja, ich weiß, du hast Lust auf einen schönen, schönen Leckerbissen hier, ne? Oh! 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 Nein, 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 bin ich nicht, bin ich, bin ich, bin ich nicht, bin ich nicht. Hallo. Oh. Oh. Oh, oh, was ist denn jetzt so los? Okay, ähm. Oh. Nur weg, weg, egal wohin. Weg. Nein, du springt genau in die Maul hier rein, oder was? Oh. Scheiße, nein, 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 nein. Oh. Oh. Alter, das Vieh kommt doch bestimmt wieder, oder? Da ist doch bestimmt noch nicht das letzte Wort gesagt. Oder? Oh, Alter, was für eine, die ist ein Vieh. Ach ja. Oh. Hör. Hör. Okay. Da scheint jemand todtraurig zu sein. Garschins konfekt. Und der Zenpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Das macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss drauf beißen und die Gartinhaltung, ja, ja, bla bla. So. Ich brauche nochmal irgendwie irgendetwas, um diesen Kopflosen da klein zu kriegen. Na, habe ich auch noch nicht geschafft. Habe ich auch noch nicht. Ich mache da bei dem kaum Schaden. Da muss man auch irgendwie, irgendwas andere muss man da arbeiten. Wahrscheinlich auch mit dem so ein Konfekt, aber mit welchem? Oh Gott, der ist irgendwie traurig, der Kerl, ne? Ach, warum hat er jetzt nicht gesprungen? Ah, ich hasse das. Ah. Ah, sag ich doch. Hm, kacke. Kacke, verdammte, mach ihn jetzt. Oh, jetzt aber erstmal hier Hackengas geben. Hackengas hier jetzt, aber Hackengas. Ah, scheiße. Ich wollte gerade hochsprengen. Oh, verdammt nochmal. Nur gut. Sieh mal, ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Ist das Kyobu-sama? Der Dämon. Ja, das ist eindeutig Kyobu, der Dämon. Ashina ist sicher, solange dieser Mann die Türen bewacht. Ähm, gut. Gut. Oh, nein. Ach, scheiße. Caddy-up. Ähm, kann ich mir jetzt irgendwie hoch sein? Irgendwie. Oh, nee. Nicht schon wieder der. Nee, oh, nicht der schon wieder. So. Ah, ja. So, wunderbar. Ach, jetzt noch was. Ah, Speergeldbeutel. Oh, Geld ist immer gut. Knarzt das immer gut. So, jetzt mal im Harrockverfahren hier hoch. Wir haben sich schon einmal zurückgeschlagen, aber die Armee des Innenministeriums ist viel zu stark. Und eben darum? Seid ihr auf die Macht meines Blutes aus? Wie viel Macht ihr auch erhaltet? Ihr werdet als Monster enden. Unfähig, Schmerz oder Furcht zu empfinden. Ich möchte keine Menschenleben beeinträchtigen. Seht euch diesen weichen Haufen an. Ashina kann nicht mit normalen Mitteln besiegt werden. Nicht mehr. Ich könnte niemals so stark sein wie ihr. Die Nichiro-sama. Ich bin noch unschlüssig. Was ich tun sollte. Es ist lange her, Seid. Das passiert ist. Wartet, solange ihr wollt. Es wird euch nichts nützen. Okay. So, dann mal gucken jetzt. Hier lief ja überall einer entlang. Ach, da ist er ja. So, wo sind denn jetzt hier nochmal Gegners hier? Alles klar, da muss ich auf die andere Seite. Äh, so. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Na, ist egal jetzt. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Äh, ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich hab keine Ahnung. Trüffe dich. So lange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist Lanzo Gyoku, der Dämon. Ähm. Ah. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Den Kopf dieses Geopu verkommst du nicht. Oh, ja. Ouch. Oh. Oh, du bist noch auf den Meinen. Wir schlagen so oft zu, wie es nötig ist. Au, 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 au. Ah, scheiße. Scheiße. Ach, du Scheiße. Naja, gut.